Vorlesung 1 Das Allerwerteste Der Allerwerteste Das Gesäß Hier stehe ich und kann nicht anders, soll Martin Luther gesagt haben. Mir kommt das gerade in den Sinn, weil mein guter Freund und ihr Professor jetzt eigentlich hier stehen und diese Vorlesung halten müsste. Doch stattdessen steht er in einem Krankenhaus, aber nicht einfach nur rum. Nein, er steht unter Quarantäne. Sie haben das sicherlich auf ihren coolen Smartphones längst mitbekommen. Und da wir nicht wissen können, ob er das smarte Supervirus besiegen kann, bat er mich an seiner Stadt, diese Vorlesung zu halten. Hier stehe ich und kann nicht anders. Gott helfe ihm. Amen. So lautet das vollständige Zitat mit einer leichten Abwandlung meinerseits. Halt den Umständen entsprechend. Nun, da wir gerade bei Luther sind und alles so schön passt, möchte ich die Vorlesung mit einem anderen Luther-Wort beginnen lassen. Vorigen Arsch fährt nie ein fröhlicher Furz. Hahaha, das habe ich schön abgeschmeckt. Damit ist das Thema der heutigen Vorlesung also eröffnet. Es geht um unser aller Gesäß. Das ist doch auch viel interessanter als diese öde Zellentransformation meines Kollegen, oder? Ja, die Landschaften des Leibes sind hügelig. Insbesondere zwei dieser Hügel sind von kleinen Zipfelchen gekrönt und nicht wenigen Männern vor allem bereiten jene bewahrzten Hügel, die sich bei Frauen zumal zu ansehnlichen Bergen auswachsen können, allergrößten ästhetischen und haptischen Genuss. Haptik und haptisch sind übrigens die griechischen Worte für haptisch oder werd dich schon in die Hände oder zwischen die Finger bekommen. Haptik ist der vornehme Terminus für Begrabschung, zu der die bezipfelten Zwillingshügel so manchen Mann herausfordern. Weiter kaudal und auf der entgegengesetzten Seite des Leibes findet sich ein weiteres Zwillingshügelpaar, dessen Kuppen allerdings ungekrönt ganz schmucklos daherkommen. Die gütige Natur hat, was dieses Hügelpaar angeht, sowohl Männlein als auch Weiblein mit ihm gesegnet und beide mit einem gehörigen Interesse an den Vorwölbungen des jeweils anderen ausgestattet. Damit es hier keine Unklarheiten gibt. Es ist gerade die Rede von unserem Allerwertesten, von unser aller Gesäß. Von dessen Anatomie will ich nun zu Ihnen sprechen, aber nicht nur. Auch seine ästhetische Dimension wird immer wieder in meine anatomischen Ausführungen mit einbezogen. Denn das Gesäß ist das schönste Organ des menschlichen Leibes. Jawohl! Darauf können Sie ruhig Ihren Hintern verwetten. Regio Clutea Clunis Nates Sedes So nennt der Anatom den Hintern. Ihn Arsch zu nennen, das fiel ihm erstmal nicht ein, denn mit Arsch ist primär einmal das Loch, der Anus gemeint, den die Backen, und nichts anderes heißt Glutos Clunis Nates, den die Backen zumindest im Stehen schamhaft zu verbergen wissen. Ebenso wie das weibliche Genital, doch davon zu gegebener Zeit. Später, wenn man etwas zutraulicher geworden ist, kann man dann doch noch Arsch sagen. Eigenartiges Wort. Wie ist da changiert zwischen Zärtlichkeit und Grobheit? Po geht übrigens auch gut über die Lippen. Das ist sogar Lateinisch, denn Podex heißt nichts weiter als Hintern. Es ist sogar ein explizit lyrisches Wort, das Dichter häufig benutzen, um das Gesäß zu besingen. Ja, ja und nochmals ja. Ich bleibe dabei. Es ist das schönste Organ des menschlichen Leibes. Und das gerade, weil es unbezipfelt ist, ungeschmückt die reine Form aufs Wesentliche reduziert. Reiner Purismus. Oder, wie der Designer sagen würde, Form follows Function. Zwei Wellenbewegungen reiner Materie. So hat Marcel Proust, der berühmte Romancier, den Hintern beschrieben und hat dabei übrigens den Hintern eines Mannes im Sinn gehabt. Ein Jammer. Ja, 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 es ist ein Jammer, dass ich kein Freund dieser infantilen PowerPoint-Präsentation bin. Eine Karawane von wunderschönen Hinterteilen könnte man jetzt über die Leinwand defilieren lassen. So bleibt mir nichts anderes übrig, als sie zu bitten, sich zurückzulehnen, genießerisch die Augen zu schließen und sich einen Hintern ihrer Wahl in der Rückansicht, atergo, von dorsal, wie der Anatom sagt, vorzustellen. Egal, wie fantasielos sie auch sonst sein mögen. Dazu wird's doch hoffentlich reichen, oder? Und jetzt, da ihnen das Gesäß ihrer Wahl prall vor dem inneren Auge steht, will ich versuchen, diesen lieblichen, knackigen, rosigen, braungebrannten, abfliegen oder auch birnigen, glatten oder haarigen Anblick. Wie gesagt, sie sind in ihrer Wahl gänzlich frei. Will ich also versuchen, dieses herrliche Bild mit anatomischem Fachwissen abzurunden. Die Backen heißen Nathes oder Clunes. Sofern sie sich nicht gerade einen Greisenhintern vorgestellt haben, ist die Haut, die sie deckt, straff gespannt und fest mit der darunterliegenden Fettschicht verwachsen. Man kann sie weder zwicken noch in Falten abheben. Falls sie sich jetzt ein weibliches Gesäß vorgestellt haben, wechseln sie mal in die Seitenansicht und ins Gegenlicht. Sogleich sehen sie, dass die Haut von ganz feinen Wellumhärchen bedeckt ist, die das Licht brechen, sodass sich eine zärtliche Aura der Unschärfe über die Kontur der Backen legt. Im Falle manchen Männerhinterns aber finden sich hier die deutlich derberen Terminalhaare, die derlei schmeichlerischen Lichtspielen entgegenstehen. Aber zurück zur Dorsalansicht. Die tiefe Furche, die die beiden Nathes voneinander trennt, heißt Kräner-Ami, die Gesäßspalte. In ihrer Tiefe liegt der Anus, der After. Und dass sie sich bei der Defekation nicht dauernd die Kotflügel bekleckern, liegt einfach daran, dass dieser After ein äußerst beweglicher Geselle ist. Der geht nämlich nicht nur auf und zu, sondern auch rauf und runter, was man, wenn man der sprichwörtlichen Aufforderung, nun kneifen Sie mal den Arsch zusammen, folgt, an sich selbst ohne weiteres spüren kann. Es gibt am Boden des Beckens, tief drin, einen eigenen Muskel, der diese Bewegungen bewirkt. Er sieht aus wie ein tiefer Trichter. Sobald er sich kontrahiert, wird er flacher und hebt dabei den Anus. Er heißt auch so Musculus Levator Ani. Levator heißt Heber. Er bildet einen wesentlichen Teil dessen, was man den Beckenboden nennt. Da Sie gerade sitzen, erheben Sie doch bitte mal ein klein wenig Ihren Hintern von der Unterlage und schieben eine Hand unter eine Ihrer Arschbacken. So, jetzt wieder hinsetzen. Sie merken, dass Sie gar nicht auf der Gesäßbacke selbst, sondern beiderseits auf Knochenhöckern sitzen, die am unteren Rand der Backen die Kräner Ani flankieren. Das sind die Sitzhöcker. Die Tubera ischiatica, zwei derbe Knochenleisten am Sitzbein, die, wenn man den isolierten Beckenknochen anschaut, ein wenig so aussehen wie die Kufen eines Schaukelstuhles. Wenn man steht, also das Hüftgelenk streckt, dann verschieben sich diese Tubera nach oben unter die Muskel- und Fettmassen der Nathes und lassen sich dann auch nicht mehr ertasten. Die schräg gestellte Furche im Stehen, die beiderseits von der Kräner Ani ausgehend die Gesäßbacken von den Oberschenkeln abgrenzt, heißt der Sulcus glutealis. Direkt unter ihr ist ein derber Bindegewebszug, mit dem die Haut darüber fest verbunden ist, das Sitzhalfter. So nennt man diesen Bindegewebszügel, der die Pobacken von unten umfasst. Und eben jene straffen Zügel sind es, über die die Pobacken des Greises oder ganz ausgehungerter Menschen so schlapp und traurig herabhängen. Denn alle unsere Hügel, die oberen, die unteren, ja, selbst die Tränensäcke und die Lider, das Glied und alle Glieder, sie trotzen nur eine Weile lang der Schwerkraft. Denn auf Dauer zieht die Schwerkraft alles hinab. Ad inferiores, hinunter in den Orkus. Will sagen, der Arsch geht uns über kurz oder lang auf Grundeis. Deshalb sollen sie sich jetzt auch nur auf ein Gesäß konzentrieren, das mit geradezu ätherischer Leichtigkeit der Schwerkraft trotzt. Es geht jetzt vom Anus aufwärts. Dabei kann man in der Tiefe der Kräner-Army diverses Geknochs ertasten. Palpieren, wie die Mediziner sagen. Ganz unten, mit seiner Spitze gegen die Rückwand des Enddarmes, also nach ventral, nach vorne weisend, ist das Os-Cock-Züges, das Steißbein. Es ist ein Teil der Wirbelsäule und es ist das, was bei uns vom Schwanz der Tiere noch geblieben ist. Und, ja, es ist beweglich. Zwar sieht man es nicht wackeln, weil es im Körper drinsteckt, aber bei der Anushebe und Senkerei wird es glatt mitbewegt. Erst recht, wenn man sich noch größere Dinge durch den Beckenboden hindurch zu entledigen sucht, wie zum Beispiel der Leibesfrüchte der Liebe. So ist es bei der Geburt eines Kindes erforderlich, dass das Steißbein nach hinten geklappt werden kann. Nur so wird der neue, schwanzlose und nackte Erdenbürger ungehindert seinen Weg ins Freie finden. Weiter nach oben, nach Kranial hin, tastet man die Dornfortsätze des Kreuzbeines, des Os Sacrum. Das ist nun so gut wie unbeweglich. Und nun? Nun wird's spannend. Denn noch ein wenig weiter aufwärts, da, wo die Gesäßfurche verstreicht, da, wo die Regioglutealis, die Gesäßregion also, in die Regiolumbalis, die Lendenregion übergeht, da wird's Geschlechtsdimorph. Da unterscheiden sich Männlein und Weiblein. Nur subtil zwar, nicht so drastisch wie in der Vorderansicht der Beckengegend, aber immerhin. Und der wahre Kenner der Schönheit, der wahre Genießer, der vermag eben diese Subtilitäten zu erkennen und sich an ihnen zu erfreuen. Also dann? Subtile Anatomie und Ladies first gehen jetzt Hand in Hand. Sie müssen jetzt unbedingt einen Frauenpo visualisieren. Unbedingt! Der darf getrost ein wenig Rubenshaft ausfallen. Ein gewisses Quantum-Körperfett gehört dazu. Denn, wie Thomas Mann einst bekundete, das Körperfett der Frauen ist überall da, wo für Herz und Hand etwas geboten wird. Ja, schauen Sie nicht so ungläubig, das hat er wirklich so geschrieben. Im Zauberberg. Das sind die Worte eines Nobelpreisträgers. Und damit sakrosankt. Aber keine Angst, die Männer kriegen auch noch ihr Fett weg, verbleiben wir jedoch fürs Erste bei dem wohlgerundeten weiblichen Gesäß. Über den unteren zwei oder drei Dornfortsätzen des Ossakrum, also noch in der Gesäßspalte selbst, ist die Haut direkt mit diesen Dornfortsätzen verwachsen. Nach Kranial hin, wo die Spalte verstreicht, schiebt sich ein Fettpolster zwischen die Haut und die Rückfläche des Kreuzbeines. Am Dornfortsatz des fünften Lendenwirbels, fünf oder sechs Zentimeter weiter oben, ist die Haut dann wieder fest. Und es beginnt der Sulcus dorsalis, die Rinne, in deren Tiefe man längelang bis hinauf zum siebten Halswirbel alle Dornfortsätze der Lenden- und Brustwirbel tasten kann. Auf dieses Fettpölsterchen kommt's an. Nach unten und nach oben hin, das haben wir gerade gesehen, wird es durch die Fixierungspunkte der Haut an den Dornfortsätzen markiert. Zu beiden Seiten hin wird es durch die Anheftungspunkte der Haut an den hinteren oberen Darmbeinstacheln begrenzt. Die Haut ist über diesen leicht tastbaren Knochenpunkten zu zwei ganz reizenden kleinen Gröbchen eingezogen, die man die Lendengröbchen Fossulä lumbales nennt. Insgesamt nimmt also das Fettpölsterchen die Form einer Raute an. Lendenraute, sagt man dazu. Je mehr Fett drunter ist, desto schöner wölbt die sich freilich vor. Und es ist, ästhetisch gesprochen, das rückseitige Gegenstück zum Venus-Hügel, dem Mons Veneres auf der Vorderseite, aber bei weitem nicht so haarig. Es gibt da einen etwas angeschrägten Anatomen in Frankfurt. Helmut Wicht heißt der Gute. Er hat sich dermaßen in dieses Fettpölsterchen verknallt, dass er es, in Anlehnung an den Venus-Hügel, den Venus-Spiegel, Spekulum Veneres benennen wollte. Mein Segen dazu hat er jedenfalls. Passt ja auch. Zusammen mit der Kräner Ani sieht es wirklich entfernt so aus wie das allbekannte Sternzeichen der Venus und das generelle Symbol der Weiblichkeit. Ein Spiegel mit einem Griff, der nach unten weist. Doch dummerweise ist der Begriff von Spekulum Veneres bereits besetzt. Es gibt eine Glockenblume mit diesem Namen, die blüht tiefviolett und ist ebenfalls von ausgesuchter Schönheit. So kam der Wicht also mit seinem Namensvorschlag nicht durch. Und wir müssen uns stattdessen mit einem anderen Eigennamen für diese so zauberhafte Raute zufrieden geben, was uns aber nicht gelingt, da ihr Name so profan ausfällt. Sie heißt schlicht Michaelis-Raute. Der Herr Michaelis war 1800 und Hund, als der Teufel noch ein kleiner Bub und die Röntgenstrahlen noch nicht erfunden waren. Also da war dieser Herr Michaelis ein Gynäkolog. Und dem fiel auf, dass man durch die Betrachtung der Lendenraute vor allem ihrer Breite und möglichen Schiefe Vorhersagen darüber machen kann, wie es im Inneren des Beckens, entlang des Geburtskanales wohl zugehen mag. Ui, 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 wird der Herr Michaelis bei Betrachtung so mancher schmaler Raute gesagt haben. Ui, 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 das wird eine schwierige Geburt. Es waren aber generell schwierige Geburten damals. Die Frauen und die Kinder starben leider wie die Fliegen. Seltener, weil das Becken zu eng war, viel häufiger dagegen am Kindbettfieber. Das Kindbettfieber, meine Damen, meine Herren, ist ein klassischer Fall einer Jatrogenen, vom Arzt selbst ausgelösten Krankheit. Es ist eine Infektion mit Staphylokokken, Eiterbakterien, die schlicht dadurch zustande kam, dass sich die Herren Geburtshelfer, na, richtig, die Hände nicht wuschen, heute schütteln wir den Kopf. Aber damals wusste man ja noch nicht einmal, dass es so etwas wie Bakterien überhaupt gibt. Ist Ihnen übrigens aufgefallen, wie wir ausgehend von der Schönheit der Lendenraute im Schweinsgalopp bei Gefattertod gelandet sind? Das ist kein Zufall. Schliesslich können uns die Dichter ein Lied davon singen, ui, ue, über die enge Verflochtenheit von Schönheit, Liebe und Tod. Hier nur das beruehmteste Beispiel. Wer je die Schönheit hat geschaut mit Augen, ist schon dem Tod anheimgegeben, wird zu keinem Dienst im Leben taugen und dennoch vor dem Tode beben. Wer je die Schönheit hat geschaut mit Augen. Das ist von August Graf von Platten, einem Zeitgenossen des Herrn Dr. Michaelis. Meine Herren, das müssen Sie mal ausprobieren. Schauen Sie Ihre Angebeteten ausnahmsweise mal nicht auf den Hintern oder die Brüste, sondern blicken ihr tief in die Augen. Dabei lassen Sie sich in den Abgrund fallen und zitieren dann, mitten im freien Fall, wer je die Schönheit hat geschaut mit Augen, ist schon dem Tod anheimgegeben. Spätestens an dieser Stelle wird sie Ihnen und nur Ihnen augenblicklich verfallen. Sollte sich aber stattdessen eine Lachsalve über Sie ergießen, dann könnte es eine recht harte Landung für Sie werden, fürchte ich. Aber selbst schuld, wenn Sie einer Dame den Hof machen, die so gar keinen Hang zur Poesie hat. So, jetzt wird es aber Zeit, dass der Männerhintern sein Fett abbekommt. Und stellen Sie sich nun ein durch und durch männliches Gesäß vor, vorzugsweise so, wie man es an diesen Herren findet, die von der muskulären Beulenpest befallen sind. Oder stellen Sie sich ästhetisch weitaus anspruchsvoller einen herkuleischen Knackarsch vor. Sollten Sie bei Gelegenheit an einer antiken oder barocken Statue eben dieses Herkules vorbeilaufen, dann achten Sie mal auf seinen Hintern. Ein Steharsch reinsten Wassers! Den haben über die Jahrtausende die Künstler zum Markenzeichen des Herkules auserkoren. Als weitere Insignien dienen ihm noch Löwenfell und Keule, aber meist. Meist verrät ihn schon dieser herkuleische Prachtarsch. Auch hier, ja? Hier nehmen wir die nämliche Region in Augenschein, die wir vorhin bereits inspizierten, die Lendenraute. Aber, ha, 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 siehe da! Ja, da ist ja keine. Bei gut trainierten Muskelprotzen mit wenig Körperfett wölben sich die beiden Muskelwülste, die den Sulcus dorsalis flankieren. Sie erinnern sich, das ist die Rinne in der Medianen hinten am Rücken, in der man die Dornfortsätze tasten kann. Da wölben sich also diese Muskelwülste, die man im Übrigen die autochtone Rückenmuskulatur... Vorsicht, Vorsicht! Prüfungsrelevant! Da wölben sich also diese Muskelwülste gewaltig vor. Entspringen tun diese Muskeln unter anderem von der Rückfläche des Kreuzbeines, beiderseits neben dessen Dornfortsätzen, genau da, wo sich beim weiblichen Hintern das Fettpölsterchen zwischen Haut und Muskeln schob. Frauen haben diese Muskeln natürlich auch. Aber der Mann, der Muskelbewährte, trägt dort weniger Fett, sodass sein Sulcus dorsalis bis fast hinab in die Kräner Armee reicht. Auch an den Fossulet lumbales, den Lendengröbchen, mangelt es ihm nicht. Von der Raute bleiben also nur die zwei kaudalen Linien. Der Sulcus dorsalis reicht weit nach unten. Und damit haben wir, voila, einen Pfeil. Ein Pfeil, dessen Schaft von der Rückenfurche gebildet wird und dessen Spitze gegen den Eingang zur Gesäßspalte weist. Ein Pfeil also. Ein Sagitta Martis, auch Pfeil des Mars genannt. So wollte unser besagter, hinternverliebter Frankfurter Anatom diese Region nennen. Denn der Pfeil ist ja bekanntermaßen auch im Sternzeichen des Mars und dem Symbol der Männlichkeit enthalten. Doch, Sie ahnen es schon, es sollte nicht sein. Kein Mensch nämlich nennt es so, einfach weil sich kaum ein Geburtshelfer für die Breite und Schiefe des männlichen Beckens interessiert. Darum gibt es für diese Region bei Manne auch kein wohlklingendes Eponym. Hier ist ein kurzer Exkurs angebracht. Ein Eponym ist ein Übername. Der Spitzname einer anatomischen Struktur, der auf den Namen ihres Entdeckers oder einer Person zurückgeht, die man damit ehren möchte. Die Michaelis-Raute, das ist das Eponym. Lenden-Raute ist der Terminus technicus. Verlassen wir, ach ja, nicht ohne einen tiefen Seufzer, das herrliche Feld der Dimorphismen. Für das, was jetzt an Anatomie noch kommt, tut es auch ein Unisex-Hintern. Wenn Sie sich von den Fossuläe-Lumbarles tastend nach vorn bewegen, spüren Sie einen Knochenkamm, der weiter vorne, etwa da, wo der Hosenbund sitzt. Es sei denn, Sie drücken eine dieser Hosen, die ungefähr auf der Höhe der Mitte der Kräner-Ani geschnürt werden, was, vor allem bei Manne, den aparten Anblick erzeugt, den der Volksmund als Maurer-Dekolleté kennt. Es sei denn, also Sie während dieser ästhetischen Verirrung anheimgefallen, bei der die Gesäßaufnahmeausbuchtungen, das Beinkleid ist, die Kniekehlen umschlappern und sich bei den Mitmenschen, der Eindruck aufdrängt, den jugendlichen Hosenträger, habe eine schon allzu frühe senile Arschabsackung ereilt. Äh, wo war ich? Bevor mich dieser phänomenologische Beschreibungsfurore einer jugendlichen Arschabsackung hinwegdruck, wo war ich? Ja, 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 ja. Wenn Sie von den Knochenpunkten in den Fossule Lumbales, also den Spine Iliace Posteriores Superiores zu den Flanken und dann nach vorne tasten, spüren Sie beiderseits einen Knochenkamm. Das ist der Beckenkamm, Christa Iliaca. Er markiert die kraniale Grenze der Regio Glutealis gegen die Regio Lumbales und Abdominales Laterales. Vorne, knapp über dem korrekt sitzenden Hosenbund, läuft dieser Beckenkamm in einen weiteren stumpfen Knochenknuppel aus, den man die Spina Iliaca Anterior Superior nennt. Vorderer, oberer Darmbeinstachel. Was noch? Ja, natürlich, die Seitenansicht. Beim Mann und Frau, mal mehr und mal weniger, sieht man in der Seitenansicht im Zentrum der Regio Glutea eine flache Grube. Wenn man da reinklopft, merkt man, dass da schon wieder ein Knochen drunter ist. Das ist jetzt schon der Oberschenkelknochen, der Femur. Und zwar nicht sein Kopf. Der steckt tief drin, in seiner Gelenkpfanne, von mächtigen Muskeln umgeben, den man bei aller Liebe nicht ertasten kann. Nicht der Kopf ist es also, den man spürt. Es ist der große Rollhügel. Aber ja, der heißt wirklich so. Trojanter Major. Er sitzt an der Basis des berühmten Schenkelhalses. Und wenn gebrechliche Leutchen beim Fallen auf diesen Trojanter aufschlagen, dann bricht nicht der ab, sondern der schlanke Schenkelhals, der ihn mit dem Kopf des Femus verbindet. Der bricht durch. Bleiben wir noch in der Seitenansicht. Jetzt wird's nämlich ärztlich relevant. Also, aufgepasst, ist mit Sicherheit wieder prüfungsrelevanter Stoff. Am rundesten erscheint der Hinter natürlich hinten. Nämlich da, wo er so richtig raussteht. Dort, wo man ihm glattweg die Brustwarze hinpappen würde, wenn man ihn zweckentfremden oder umwidmen wollte. Aber ausgerechnet dort, auf der Höhe der Kuppe, ist er zwar am allerschönsten gerundet, doch zugleich auch äußerst gefährdet. Ich rede natürlich von der intramuskulären Injektion, die man ja, wie Sie wissen, gerne in die Muskelmassen des Gesäßes verabreicht. Und die gehört nun gerade nicht auf dem Gipfel der Wölbung verabreicht, denn dort ist die Muskelauflage nicht allzu dick und gerade unten drunter. Unter dem Muskel ist der Nervus Ischiadicus. Und wenn Sie den mit der Injektionsnadel erwischen, dann gnade Gott erst Ihrem Patienten und dann Ihnen im nachfolgenden Kunstfehlerprozess, ein gelähmtes Bein ist keine lustige Angelegenheit. Und nein, mir ist dergleichen nicht passiert. Die Injektion gehört ganz woanders hin, in das Muskelfeld, zwischen dem Beckenkamm und dem Trochanter Major. Da sind unter dem Fett nur Muskeln und unter denen ist der Beckenknochen. Und wenn Sie an den anrennen, wird Ihr Patient zwar laut Scheiße, Mist oder ganz schlicht Aua schreien, aber sonst passiert nicht viel. Rein terminologisch denke ich, war's das. Mit den Begriffen, die man braucht, um die oberflächliche Anatomie des Gesäßes zu würdigen, sind wir durch. Natürlich ist da noch jede Menge Anatomie drunter und auch die muss irgendwann noch zur Sprache kommen. Aber zum Abschluss dieser Lektion will ich mich lieber noch etwas tiefschürfend der Oberflächenästhetik und ein wenig auch der Evolutionsbiologie des Hinterns widmen. Primo Erstens Bitte nehmen Sie verblüfft zur Kenntnis, dass der Besitz eines Hinterns ein menschliches Alleinstellungsmerkmal ist. Ich will Ihr Erinnerungsvermögen ja nicht mehr als unbedingt nötig strapazieren. Daher reicht es aus, sich einen Gorilla, einen Chimpansen oder eine andere Affenart vorzustellen. Da finden Sie jedenfalls keinen schön gewölbten Hintern, sondern eine ziemlich platte Landschaft vor. Im Falle mancher Paviane grellbunt koloriert, wohl um den Herren zu signalisieren, wo's Atergo lang geht und womöglich gerät die effische Damenwelt angesichts der bunten Hinterteile der Herren erst so richtig in Brunft. Nun stellen Sie sich statt eines Pavians diesmal eine Kuh vor, aber bitte von hinten. Dann wird schnell deutlich, was ich meine. Die hat nun wirklich keinen Hintern. Ja, ein Skandal. Geradezu schamlos ist das. Wenn Sie nämlich den Kuhschwanz lüpfen, dieses stetig unstete Feigenblatt, blicken Sie unmittelbar auf den Anus und die Vulva, jene Regionen also, die das gnädige Gesäß beim stehenden Menschen rundherum züchtig zu verdecken weiß. Dabei ist nicht der nackte Hintern als schamlos anzusehen, sondern vielmehr das, was ohne ihn unbedeckt offen zu Tage liegen würde. Nicht von ungefähr werden die Geschlechtsteile des Menschen, insbesondere die Vulva, seit Alters ja auch die Scham genannt. Der Hintern verbirgt, was man begehrt und legt es eben nicht auf unverschämte Weise offen. Letzteres wäre schlicht Pornografie. Ersteres aber ist Erotik. Sekundo. Zweitens. Einen Hintern zu haben und aufrecht zweifüßig einherzugehen, das hängt wesensmäßig zusammen. Wobei Zweifüßigkeit nicht das entscheidende Kriterium ist. Hühner haben ja auch keinen Hintern. Aufrecht. Allein darauf kommt's an. Erst wenn der Rumpf sich aufrichtet und die Rumpfwirbelsäule nicht mehr senkrecht zu den Beinen liegt, was bei Hühnern der Fall ist, erst dann, wenn der Rumpf sich in die Senkrechte erhebt, erst dann rundet sich der Hintern so recht. Denn einer der Gesäßmuskeln, der Musculus gluteus medius, der beim aufrechten Gang viel Balance und Haltearbeit zu leisten hat, wird dabei groß und kräftig. Und weil der Mensch das einzige Wesen ist, das seinen Rumpf wirklich dauernd aufrecht über seinen Beinen trägt, ist auch nur er allein mit einem wahrhaftigen Hintern gesegnet. Kennen Sie die Schnurre von Platon, Diogenes und dem Huhn? Nein? Nun, also, Platon war einer dieser hochgelehrten idealistischen griechischen Philosophen. Das Allgemeine war für ihn das wahre und Unzerstörbare, so zum Beispiel die Gattung Hund. Der konkrete Hund hingegen ist bloßer Schein, weil vergänglich. Allein die Idee des Hundes ist dauerhaft, so wie auch die Gattung des Hundes im Gegensatz zum konkreten Hund nicht ausstirbt. Diogenes dagegen ist als das künische Schmuddelkind aus der Tonne bekannt. Küniker sind grob gesagt eine Frühform der heutigen Zyniker. Künismus heißt auf auch aufgeführt, diese Küniker. Diogenes pflegte ab und an, tagsüber auf der Straße zu onanieren, im Dienste der Philosophie natürlich, um die Leute zum Nachdenken zu bringen, denn als seine Mitbürger sein masturbierendes Tun schockiert beobachteten, sagte er, ist es nicht bedauerlich, dass man nicht auch den Hunger durch einfaches Reiben des Bauches beseitigen kann? Sehr witzig, aber es gibt elegantere Methoden, die Mitbürger, um etwas Essbares anzuschnorren. Es war aber nun mal seine selbstgewählte Aufgabe, die Leute zu provozieren und vor Platons idealistischer und damit Leib feindlicher Philosophie zu warnen. Schließlich war für Platon der Körper bloß ein Gefängnis der Seele etwas, was uns von der wahren Schau der Ideen abhält und dass es deshalb zu überwinden galt. Das sah Diogenes ganz anders. Ab und zu besuchte er Platons Vorlesungen. Eines Tages zerbrach sich Platon hochdramatisch den Kopf über die Frage, was aber ist der Mensch? Schließlich glaubte er eine Definition gefunden zu haben und gab sich selbst und dem Publikum die Antwort. Ein zweifüßiges Wesen ohne Federn. Am nächsten Tag brachte Diogenes ein gerupftes Huhn mit in die Vorlesung, warf es Platon vor die Füße und sagte triumphierend Da habt ihr Platons Menschen. Hätte Platon gesagt ein zweifüßiges Wesen mit Hintern, dann wäre ihm das nicht passiert. Da hätte Diogenes sogar ein Känguru aus Australien beschaffen können, das hätte auch nichts genutzt. Die haben nämlich auch keinen Hintern. Abgesehen davon gab es damals keine Kängurus, da sie noch niemand entdeckt hatte. Aber Platon fiecht das nicht an, denn lange bevor es den Menschen gab, muss es in irgendeinem Ideenhimmel bereits eine Idee des menschlichen Hinterns gegeben haben, denn ohne die Idee eines menschlichen Hinterns gäbe es nach Platon nicht ein einziges konkretes Gesäß auf dieser Welt. Da haben wir es also. Mensch sein heißt Arsch haben, nicht Arsch sein. Das ist nur eine Option. So, ja, ich denke mal, Sie können jetzt Ihre angespannten Arschpacken wieder lockern. Die Vorlesung ist vorbei, fürs Erste. Freuen Sie sich schon mal auf den zweiten Teil. Da laben wir uns am Busen der Natur.